die dhv news vom 6 august 2021 instagram dhv startet videoaktion zum mitmachen btw21 25 millionen dollar spende für legalisierung herzlich willkommen bei den dhv news alle die mich nur aus den news hier kennen seit jahren denken ja dass ich immer ein jackett an habe auch wenn ich schlafen gehe oder wenn ich ins schwimmbad geben deshalb an der stelle hier mal einen video hinweis ein tipp bei video tv da gibt es ein interview mit mir im pool da könnt ihr nachprüfen ob das wirklich so ist ich verlinke das video in der video beschreibung dann habe ich noch einen zeitungsbericht verlinkt sowas mache ich ja immer gerne wenn es zu unserer kampagne passt dieses jahr ist ja unser schwerpunkt die bundestagswahl logischerweise und da geht es uns darum cannabis legalisierung zum wahlkampf thema zu machen und da war mal wieder so ein artikel bei beim redaktionsnetzwerk deutschland in dem fall mit der überschrift warum nach der wahl wieder bewegung in die cannabis debatte kommen könnte also hochkarätiges medium mit so einer überschrift da sind wir in der richtigen richtung unterwegs cannabis wird wahlkampf thema und noch schöner ist natürlich dann als beweis dass wir damit was zu tun haben ein zitat wie das hier ich zitiere mal den letzten absatz georg wird ist der vorsitzende des dhv das verbot fördere ihm zufolge kriminelle strukturen und führe dazu dass der staat eine gewaltige summe dem schwarzmarkt überlässt der markt existiert ob mit verbot oder ohne sagt er eine legalisierung wäre ein mehr an regeln keine unkontrollierte freigabe ja sehr schön so darf das gerne weitergehen aber ist natürlich nicht alles der wahlkampf fährt jetzt langsam hoch und auch wir haben noch viel vor bis zur wahl bis zum wahltag im september da kommen zum beispiel noch eine menge videos hier im kanal mit politikern wir haben also mit den handfreundlichen parteien im bundestag gesprochen mit den drogenpitchen sprechern ihr kennt die namen und gesichter hier schon alle ich habe sie an einen tisch geholt wir haben eine debatte diskussionsrunde gerade abgedreht frisch und da müssen wir noch ein bisschen darauf warten ich mache hier spannungskurve ja das wird gesendet in zwei wochen anstelle der dhv news die fallen dann aus für diese diskussionsrunde und es gibt auch einzelne interviews mit denen aber nicht nur trockenes gelaber georg mit politikern sondern es gibt auch kurze animierte videos die wir hier präsentieren werden mit denen wir auch ein bisschen außerhalb unserer bubble werbung machen werden also da kommt noch einiges nicht nur videos aber auch und damit geht es nahtlos über in mein erstes thema auch noch mal zu unserer aktion btw 21 wir haben euch ja schon hier vorgestellt dass die bitte euch bei den wahlkreis kandidaten eurem speziellen wahlkreis zu melden und denen zu sagen dass ihr als wähler im wahlkreis gerne sehen würdet wenn cannabis legalisiert wird dass er die wahlkreis kandidaten bittet sich dafür einzusetzen wenn sie in den bundestag kommen dieser aufruf gilt immer noch und ihr findet ja mit eurer postalzahl die kandidaten auf unserer seite geht man auf handverband.de btw 21 da findet ihr das aber jetzt haben wir noch mal nachgeschärft auf instagram gibt es da eine aktion für mutige mit videos da könnt ihr in einem video die message an die kandidaten nicht schriftlich sondern im video rüberbringen und die kandidaten markieren und den deutschen handverband und wir haben da mal ein beispiel video gemacht wir wie das aussehen könnte ja können euch orientieren oder auch nicht ja wie auch immer bringt eure eigene persönliche message rüber an eure persönlichen wahlkreis kandidaten markiert die damit ihr das sehen und uns denn wir werden dann diese videos teilen in unserem instagram kanal das werden also eine menge leute sehen ja von daher macht was draus wenn ihr gute videos bringt dann werdet ihr andere animieren da mitzumachen ich bin total gespannt wie viele leute jetzt da gesicht zeigen ich könnte mir vorstellen viele werden da jetzt eher sagen so naja das mir doch ein bisschen zu heftig ja von daher ja ich bin gespannt ich werde mir die videos angucken wer da alles liefert sozusagen und für alle anderen ist auch verständlich die sagen ja das ist mir jetzt doch ein bisschen zu öffentlich und so weiter ich mache das lieber für mich irgendwie geht auf handverband.de btw 21 schickt euren kandidaten die nachricht wenn ihr das noch nicht gemacht habt das ist wichtig wenn ihr cannabis legalisiert sehen wollt und auch die nächste nachricht erinnert mich an das worüber ich gerade gesprochen habe unsere diskussionsrunde mit den politikern besonders bei der fdp in dem fall der herr schinnenburg von der fdp drogenpolitischer sprecher hat ja immer die ganze legislaturperiode die message gehabt denkt an den wirtschaftsfaktor cannabis das ist eben ein wichtiger aufstrebender wirtschaftszweig und deutschland sollte davon auch wirtschaftlich profitieren dass das mantra der fdp sozusagen passt ja irgendwie auch und dass dieses wirtschaftliche potenzial wird in deutschland halt bei weitem nicht ausgeschöpft andere staaten viele andere machen genau das die legalisieren cannabis als medizin und den anbau ausdrücklich um eben auch ware zu exportieren und damit arbeitsplätze zu schaffen steuereinnahmen zu generieren ganz allgemein die wirtschaft zu stärken und damit hat die deutsche regierung bisher überhaupt nichts am hut ja es gibt zum minimal anbau gemacht irgendwie ewig spät ewig wenig irgendwie so lala jetzt kam gerade erst die nachricht dass ähnlich die ersten 50 kilo cannabis also hanfblüten aus deutscher produktion in deutscher apotheken gekommen sind also ein winziger tropfen auf den heißen stein sozusagen vier jahre nachdem das gesetz in kraft getreten ist 2017 da wurde schon im gesetz festgelegt ja es darf angebaut werden in deutschland und im gleichen jahr 2017 hat das kleine afrikanische land lesoto ohne große diskussionen lizenzen vergeben für den anbau von cannabis zum export und jetzt meldet eine der vielen firmen die cannabis importieren um sie in deutschland an die apotheken zu verkaufen dass sie das erste cannabis aus dieser produktion in lesoto afrika nach deutschland geholt hat und ab sofort an apotheken liefern kann also irgendwie lesoto hat das besser raus als wir in deutschland hier den wirtschaftsfaktor cannabis mit zu bedenken kennt ihr den us amerikaner charles koch das ist einer der reichsten männer der welt viel weniger in medien als so leute wie jeff bezos oder ja die ganzen anderen reichen typen da ja wie der von microsoft wisst ihr schon und das ist nicht gerade ein hippie dieser charles koch ja der gehört aber mit in diese riege und hat auch schon für fortschrittliche sachen gespendet auch schon für die tea party bewegung innerhalb der republikaner also rechts ja konservativ bis zum geht nicht mehr hat er wohl auch gesagt dass ihm das leid tut dass er in die richtung auch gespendet hat seit dem sturm ans kapitol auf das kapitol da war war dann nicht mehr so stand da nicht mehr so dahinter wie auch immer egal schillernde persönlichkeit ja weiß man nicht so richtig wie man den einordnen soll aber es spricht wende das ausgerechnet so jemand jetzt verkündet dass er 25 millionen euro in den topf geworfen hat für die legalisierung damit in den usa in den ganzen usa cannabis legalisiert wird und möglichst noch dieses jahr und in dem zusammenhang ist dann auch noch rausgekommen oder wurde hat er verkündet sein sprecher hat verkündet dass der mann insgesamt schon 70 millionen euro gespendet hat in den topf geworfen hat für die legalisierung von cannabis und wer weiß vielleicht klappt das ja wirklich dieses jahr noch er ist auch nicht der einzige reiche mensch der da spendet und die us-legalized bewegung hat also wirklich irre viel geld zur verfügung im vergleich zur europäischen aber ja auch unser ziel ist das gleiche ja wir wollen auch dieses jahr noch in deutschland die legalisierung erreichen möglichst die chancen stand noch nie so gut wie jetzt nach dem ende der ära merkel eine neue regierung zeichnet sich ab das wird eine andere sein als die bisherige mit sehr großer wahrscheinlichkeit und damit da was daraus wird brauchen wir eure aktive hilfe ich habe das am anfang des videos schon mal gesagt wer das nicht mehr weiß einmal zurückspulen aber wir brauchen auch geld natürlich logisch alles was wir machen was finanzieren wir durch die mitgliedsbeiträge ihr finanziert das durch eure mitgliedsbeiträge und eure spenden zum beispiel zu weihnachten und wir können dadurch schon mehr machen als bisher aber natürlich wie ihr an dem beispiel seht ja sowas geht nicht mit drei euro sozusagen je mehr geld da ist desto besser desto mehr pr kann man machen und so weiter also hier mal wieder der hinweis an alle zuschauer wenn wir mehr mitglieder haben können wir mehr machen werdet fördermitglied beim dhv gebt euch ein ruck nachdem ich letzte woche habe ich ja dieses wasserdichte dings hingehalten ja wo man wo viele leute gerne sachen drauf legen und danach haben jede menge leute dieses ding bestellt ja in unserem shop mal gucken ob jetzt genauso viele leute mitglied werden ja also bin gespannt haut rein und die letzte meldung die ich noch habe für heute die wollte ich letzte woche schon bringen ja die ist irgendwie unter mysteriösen umständen von meinem sprechzettel verschwunden ja dann ist die einfach weg gewesen macht aber nichts die meisten von euch haben das noch nicht gehört nämlich an schweizer zeitungen hatten überschriften die für mich sehr nach schlechter nachricht klangen ja zum beispiel nzz cannabis im straßenverkehr das bundesgericht bestätigt null toleranz da war ich ganz überrascht wie wie bestätigen null toleranz die schweiz war mir bis dahin eher als ziemlich liberales beispiel bekannt im europäischen umfeld bei unseren nachbarländern mit einer deutlich liberaleren thc regel als bei uns im straßenverkehr und jetzt auf einmal null toleranz ja ich denke was denn da los ne bin in die artikel rein muss sagen ja das schon sehr relativ mit der null toleranz in der schweiz da verstand man bisher den grenzwert schon als null toleranz ja den die halt hatten und der lag bei 1,5 nanogramm thc pro milliliter blut nun ist aber so dass wir in deutschland nicht im blut messen sondern im blutserum was international ziemlich ungewöhnlich ist ja das macht die sache schwer vergleichbar zum umrechnen muss man den wert ungefähr verdoppeln um das mit der deutschen regel zu vergleichen und dann sind wir in der schweiz bei drei nanogramm thc pro milliliter blut serum und das ist das was das bundesgericht jetzt bestätigt hat dass dieser bisherige thc wert den die schweiz als null toleranz empfindet ja dass der gerechtens ist dass er in ordnung ist und erstmal weiter so bestehen bleibt ein wert der dreimal so hoch ist wie in deutschland und damit komme ich zu den terminen jede menge ortsgruppen termine ja das leben geht wieder los da draußen wenn das so weitergeht muss ich demnächst die infostände wieder in einer zeile zusammenfassen also koblenz ortsgruppe macht einen infostand am 7 august in oldenburg auch ein infostand auch am 7 august mal was anderes hier besonderes in münchen macht die ortsgruppe eine betriebsbesichtigung nutzhanf landwirt ja die gehen mal raus aus feld die erzählen denen was über nutzhanf auch spannend mal was anderes noch mal oldenburg da trifft sich dann die ortsgruppe noch mal online am sonntag den 8 august in regensburg ebenso 8 august bochum trifft sich die gruppe am dienstag 10 august oldenburg schnackt jetzt ja wo der klönschnack in hamburg irgendwie aufgehört hat ist jetzt oldenburg mit dem hanf schnack unterwegs dienstag 10 august und in mannheim noch mal ein bisschen demo hanfblock beim csd samstag 14 august und noch mal oldenburg schwer aktiv offenes online treffen sonntag 15 august braunschweig trifft sich die gruppe am dienstag 17 august in heidelberg ist der offene hanftisch auch dienstag 17 august und noch mal 17 august noch mal oldenburg stammtisch diesmal der ortsgruppe in oldenburg so das war's freut mich dass ihr so aktiv seid da draußen wer lust hat auch aktiv zu werden guckt mal ob eine ortsgruppe in eurer nähe ist findet ihr auch auf hanfverband.de unter aktiv werden und damit bin ich fertig für heute liked dieses video ihr wisst schon bescheid ja teilt das auch mal abonniert die glocke und so und ich wünsche euch noch einen schönen tag und einen geruchsamen abend so Vielen Dank.